ja und damit herzlich willkommen holt die Python raus warum sieht das aus komm? jawohl bin ich jetzt das erste mal wieder dabei ist ach gefunden und es ist es ist nur ne Silicon drin ist das denn ernst und zurück zum Zeichenbrett äh ja wir haben ja noch die andere in der Wüste da könnten wir noch mal zurück theoretisch boah das kannst du doch keinem erzählen ey wie lange du die markiert hast ja ja ich hab ein Waypoint da hatten wir hier auch noch einen Ausgang ach da ne ne davon da kommen wir ähm ich bombe ja tatsächlich also in Blöcke solltest du ja eigentlich nicht wangen naja die haben wir ja jetzt in boah ey wie blöd das jetzt einfach gelaufen ist so richtig schön schlecht kann gerade nicht und in den Kommentaren steht bestimmt alter guck mal nach oben du Depp ja oh man ey hey der Waypoint ja mal löscht so mal gucken da ist Vulkan wo ist er denn da ich hab doch einen Meteoriten mein Ding ich bin gerade viel zu weit weg um äh schlafen zu gehen ja aber es sind hier doch viele hier drauf ach da ok also in die Richtung mal gucken der andere Waypoint überdeckt das so ein bisschen aber irgendwas mit 700 Blöcken müssen wir jetzt noch laufen ähm ich hab ne Festung gefunden also irgendeinen Dungeon ja davon haben wir auch schon irgendwie sieben oder so zusammen sollte ich da alleine reingehen äh ich würd vorsichtig sein die Dinger könnten reinhauen ach wieso ein paar Deathsverträgte dann auch gut stimmt geh da geh da mal rein musst du gerade sagen der noch keinen hat endlich von dem Ding das Biom hier ist auch echt schön äh warte es fällt zu grün ach wir sollten ja noch Gärten mitbringen ne irgendwie wir sind überall welche mach ein bisschen Napalm und dann ist das nicht mehr so grün ein bisschen Napalm und dann Napalm in der Nacht ist das schönste welcher Film war anders nochmal wo der gesagt hat Napalm in der Nacht muss man eben mal kurz das hört sich irgendwie so nach einer Schlafmittelwerbung an ja du bist auch so ein Schlafmittel wahrscheinlich Gute Nacht Juh Gute Nacht hey Bio los jetzt hier ja man ich hab mich grad verrannt hier ich hab mich grad verrannt oh hier ist ja ne ne Pyramide seh ich hier grade hier oh ich hab grade im Schmutz gebadet jetzt stink ich oh das freut Winnie der mag das Schmutz? Dreck? ja Matsch Dreck Schmutz pfff Alter ich hab in Gülle gebadet und ich hab endlich den den Hut den ich eigentlich am liebsten habe der wäre? Drachenhut ach ja der ist echt schön der ist so weit weg wie ich seh dich nicht mehr als du glaubst ein Miniaturherz haben wir hier drin jetzt muss ich erstmal hier wieder ach habt ihr auch so ein gelbes? ne charity nur eine Diamantene Pferderüstung ein safarinetz denn noch ein safarinetz rotenflash bronzeschuhe hab ich hier copper gold ne bronzespitzhacke ne floppy disk ne ne goldene pferderüstung nicht mit floppy disk kannst du haben oh designed Uoohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho So, wir kommen hier wieder raus Wir haben doch Blöcke jetzt Sprengstoff haben wir Wie sprengen wir uns hier raus? MLG Multi Ja? Ich hatte gerade ehrlich gedacht, es gibt Seemonster Gibt's doch auch Das war einfach nur ein Squid mit so einem Chesterhut Okay Hätte mich dann aber auch nur noch ganz doof angeguckt So, wir müssen jetzt Jetzt muss ich jetzt mal gucken hier, dass ich mich hier nicht verlaufe In die Richtung Wann ist denn der Tag vorbei hier? Oder die Nacht hier vorbei? Wann ist denn der Tag oder die Nacht? Ich hab Wölfe Ja Schön, hast du denn auch Knochen? Ey, wie, kennst du Frau Wölfe? Nö Oh Mann Ich werd hier von einer Seite Multi, kennst du Frau Wölfli? Frau Wölfli? Sag mir jetzt nichts, wieso? Könne ich vielleicht? Schon, aber Warte, ich muss mal eben Ja Dahinten ist dieses Dorf, was ich meinte, da kannst du handeln und so Da, wo du die Windmühle steht Ach, das ist ja geil Ja Kennst du nicht Frau Wölfli? Wie, wer ist denn das? Sag an Ach, rennst du da jetzt erstmal hin? Die, die aus AW, die die deutschen und generell europäischen Dinger da verkauft Okay Ich bin jetzt beim Meteor Sehen wir uns von da noch? Also siehst du mich jetzt noch? Noch hab ich dich auf der Karte, ja Ich laufe nochmal ein kleines Stück Ne, jetzt nicht mehr Hans Devin Was? Defended? Das ist ja witzig hier Da muss ich nochmal ne neue Schaufbau bauen Markier mir das mal Oder hast du dir das auch schon markiert? Ich hab Markier mal Ich glaub ich hab das für mich gemacht So, Multi Ich werd jetzt mal hier bis hin bauen, wo das geht Alter Das wird groß Erstmal nach oben gucken, ob der irgendwo in der Luft klebt Das ist ein bisschen wichtiger Versuch grad irgendwie das, äh Den Umkreis schon mal festzustellen hier Damit wir ungefähr wissen Ich werd schon im Boden Vorsicht Hier ist ein Loch Ne, ne, das mein ich nicht Hier ist einfach so ein Creeper vorgekommen Bad Wars wird in 10 Sekunden neu gestartet, was? What? Hier haben wir Bad Wars Wüsste ich auch nicht Ach ja, es ist ein großer, ähm Meteorik Okay Ich dachte immer, das ist halt schlapp zu einer Wurst Komm ich da rein? In den Meteorit? Ich bin ich Außer Diamantsch bezahlt Also, da steht, da steht Harvest Able No, aber ich baue richtig schnell ab Mit meiner Ruby Viel schneller Ja, dann guck mal, ob du die Truhe findest, das interessiert uns ja auch nur What? Was denn? Also, die Steine kriege ich nicht Äh Äh, Python wird neu gestartet Was? Nur seitwunderts Warum baut ich mein... Noch, äh, geht alles Ich kann noch alles abbauen und auch alles einsammeln Ich kann auch noch Sachen Was geht auch noch? Was macht der da schon hier für ein Blödsinn? Ne, vielleicht probiert er grad irgendwas aus Dann kann man nochmal den Mund aufmachen Stimmt Ne, ich mein, mitten in der Aufnahme ist das nicht so toll Das ist echt doof Äh Passiert aber wohl doch nicht Kann ich mal hin?! BanoTest 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 Sehr gut Trollolololololol So Ich hab jetzt noch 6 Saft ja da sind drei stück drin inscriber noch ein inscriber ja dass das danach steht nach dem inscriber bitte sagt engineering bitte sagt engineering also ich habe hier press man silicon press project press calculation press keine engineering leider nicht aber drei schon hier glaube ich okay also ich habe das gebiet einige ich habe das gebiet jetzt eingedämmt man sollte ein meteor trotzdem markieren ja mach alles wohl aus eigener stimmt erhielt dem was ging ich wieder wieder los ist ja interessant hier bewegt er sich aber hier nicht mehr die frage ist was schmeiße ich denn jetzt weg den stone hier nicht hier auch nicht hier auch nicht hier geht er wieder los ist ja interessant was ist denn das für ein komischer als wenn hier zwei wären oder so ich weiß auch nicht oder der sich irgendwie ganz komisch über die chance verteilt ok wieso oh lol es leckte gerade ich wundere mich warum mein hammer nur ein block aufbaut ich habe einen wüsten tempel soll ich in den wüsten tempel reingehen oder schaffe ich den nicht was aber du warst ja hier auch schon mal irgendwie ja ich habe mich da schon durch gebaut wie sonst was pass aus da ist hin und wieder auch gerne mal ein lava lake gewesen ist irgendwas gefährliches in der in dem wüsten tempel sollte es die trittplatte vermeiden was auch jetzt gleich winnie blowt ab ok bloat so wieso macht das gerade nene ich hab's überlebt mit einem halben herz ein single use juhu dann lass ich mal akazienholz hier und unknown element braucht man das dimlet warte wie heißt es unknown dimlet ja unknown dimlet noch mehr eine steel hose ist das für ein seltsamer verlauf hier ich komme damit nicht klar ganz ehrlich warum ich mal hier jetzt runter hier wo ich gerade bin wo bist du da bist du da schon irgendwie gewesen also ich habe mich noch gerade noch umgeboten ich brauche mich mal hier runter also das macht einen verrückten wie der verlauf da oben ist brauchen wir eine floppy disk nö aber du kannst du behalten mein ding hätte die gerne ja wofür braucht man die denn computer kraft ja wofür braucht man die kannst du da sind nette programme drauf oder so was für programme kommt drauf an ja steht auf ehrlichkeit bei mir steht nsh bei mir steht wirklich ins knie auf der deskette das wäre ein schönes programm ich war auch mal youtuber doch dann bekam ich ein pfeil ins knie hatte ich ein skelett abgeschossen also hier wo ich mich runter baue sieht es jetzt nicht nach einem dings aus ich frage mich ob das öl ist wenn ja dann habe ich eine riesenquelle öl ich habe die höhle wieder ja das ist ganz komisch der verlauf ok ja es ist soll ich das mal markieren ob du öl markieren sollst ja ich habe mega viel schon gefunden wüsste nicht dass man das jetzt markieren braucht ja ich habe da so ein bisschen die die grenzen wo es dann nicht mehr an wo es dann nicht mehr sich rum rundherum gedreht hat da habe ich dann einfach mal cobblestone gesetzt du siehst das ist so ganz komisch hin und her ich kann ja auch gerne mal den kompass geben wenn du meinst dass es aufschluss gibt aber das ganze ist äh da hätte ich gerne mal auf jeden fall ja hier hört er nämlich wieder auf ganz interessant hier geht er wieder dann ist er auf jeden fall hier schon mal hey stopp war der eigentlich schon wieder zu hause in der zeit irgendwann nö also ich nicht ich baue mich mal hier runter ok dann frage ich mich wer die kiste geleert hat hier auf jeden fall drinnen naja auf jeden fall auch drinnen hier nicht aber hier habe ich mich auch schon runter gebaut ich habe immer noch nicht das gefunden was ich gesucht habe ich finde so viele von den normalen ein modus teil la la oh schon wieder ein cut 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 tja meine lieben freunde vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge auf Bis zum nächsten Mal.